Getreu dem Leitbild und dem Prinzipien Integration, Normalisierung und Regionalität eröffnete die Lebenshilfe des Bezirkes Bruck jüngst in Törl ein neues Zentrum für Menschen mit Behinderung. Durch die ständige Weiterentwicklung der pädagogischen Konzepte im Behindertenbereich reichten weder das Platzangebot noch die vorhandenen Möglichkeiten der Stammeinrichtung der Lebenshilfe in Grasnitz aus. Der Standort Törl bietet durch seine gute Infrastruktur alle Möglichkeiten für eine zukunftsorientierte Behindertenarbeit. Ich habe das heute schon bei den Grußworten erwähnt, nicht nur als Bürgermeister bin ich sehr stolz, sondern als AMS-Mitarbeiter, dass wir Menschen eine Chance geben, an sehr vorderer Front, direkt bei der B20, behinderte Menschen in den Vordergrund stellen. Und ich glaube, das ist ein schönes Zeichen für die Gesellschaft und ein schönes Zeichen für die Marktgemeinde Törl. Als gemeinnützige Dienstleistungsorganisation für Menschen mit Behinderung möchte man beeinträchtigten Menschen in diesem Haus die Chance geben, ein ganz normales, qualitätvolles Leben zu führen. Gefördert wird Integration statt Isolation. Ja, der besondere Aspekt oder das Besondere an der Werkstatt ist eigentlich, dass wir unsere Leute nicht hier vor Ort schulen oder fördern wollen, sondern dass wir rausgehen wollen in die Wirtschaft, in die Arbeit und direkt dort unsere Schulungen und Anlernen machen wollen, nicht in einer Werkstatt. Denn nur solch eine Eingliederung macht jeden zu dem, was er tatsächlich auch ist, ein wertvolles Mitglied unserer Gesellschaft. Vielen Dank. Vielen Dank.